Grüß Gott! Wir wünschen nun viel Spaß mit dem Programm und wünschen einen angenehmen Abend. Danke! Ich schmeiß mal hier meinen Stream an, ich blende das auch noch mal schon ein, natürlich nicht. Ach, mein Mikey nix kann, nix kann der. Da denkt man, weißt du, das wäre irgendwie sowas, ich meine, der hat 2000 armer Stunden und hat gefühlt, keine Ahnung, der sollte eigentlich die ganze Zeit nur ein Schnuller im Kopf haben, weil er keine Ahnung von dem Spiel hat. Genauso mit OBS oder beziehungsweise Streamlabs, der streamt jeden Tag fast schon, ne, also der streamt wirklich jeden Scheiß und wie oft der streamt und passt nicht alles. Und aber Erfahrung hat er, als würde er quasi ganz frisch mit der Software dabei sein, also da frägt man sich auch einfach auf verschiedenen Ebenen, was der für Altimer haben muss. Wie, wie, wie vergesslich der ist und wie technisch abgewandt er einfach ist. Völlig abgehangen von allem, was irgendwie, weiß ich nicht. Es ist einfach, Mikey ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Person, wirklich sehr schwierig auch damit quasi zu arbeiten, sage ich mal in Anführungszeichen. Man muss halt immer wieder irgendwie den Kontakt erstmal herstellen, dass man durchdringt zu seinen letzten verbleibenden drei Gehirnzeilen. Also er hatte ursprünglich ja nur zwei, die dritte hat man ja noch nachträglich eingepflanzt. Das war quasi so erster Versuch mit Schimpansengehirn, da versuchen das groß zu züchten. Hat mehr oder minder gut geklappt, wie nur wieder alle Aussätze, aber im Großen und Ganzen funktioniert's. Ja, und da muss man jetzt einfach halt immer wieder sich drauf einstellen, dass man da auch alles immer ganz langsam erklärt und vorsichtig und dass man halt technische Details rauslässt. All sowas, einfach nur, weil der Mikey halt kommt sonst nicht hinterher, den hängt man sehr schnell ab. Also das ist, als würde man, wenn man denen eine Story vom Alltag erzählt, das ist, als würde man ihn dazu zwingen, im Rollstuhl einen Hürdenlauf zu rennen. Das ist einfach eine Herausforderung und die kann er nicht immer meistern, deswegen muss man im Alltag sehr viel Vorsicht nehmen. Aber gut, wem erzähle ich das? Ich meine, wem erzähle ich das? Ihr schaut es euch ja an. Ihr schaut es euch ja freiwillig an. Seit fast einer Stunde guckt ihr dem Typen vielleicht zu, ne? Oder, ich meine, ich rede ja hier sowieso Schall und Rauch und Leute, die es wahrscheinlich nicht interessiert. Ich glaube, die drei Zuschauer, das sind Mikey, Mikey Sandy und ich. So, das war's. Ich würde auch wahrscheinlich einfach erstmal das Profilbild von ihm ändern, den Namen natürlich. Mikey van Beert ist ein scheiß Name. Ich würde das Profilbild natürlich ändern. Ich meine, er heißt Mikey van Beert, hat das Profilbild Mikey LP und das ist überhaupt nicht erkennbar, was das darstellen soll. Das ist ein komischen Banner da, komplett hässlich, passt auch gar nicht, raus. Dann, wie er seine Beschreibung macht, ist ein Schmutz, ist einfach scheiße geschrieben, ist einfach alles kacke, würde ich komplett ändern. Ich würde einen Streamplan aufsetzen, ordentliche Moderatoren und natürlich Spiele spielen, die auch Leute sehen wollen. Ich meine, das hier guckt kein Mensch, sagen wir mal ehrlich. Der Typ ist auch nicht lebensfähig. Was darf sie machen? Das hat direkt wieder angekratzt. Der schafft's nicht alleine durch den Alltag. Aber ganz leise Musik hat er, glaube ich, das Spiel, ne? Ich hab nämlich gerade mal den Streamzone angemacht. Nicht, dass ich hier laber und am Ende hört man gar nicht, was ich sage. Das wäre ja eine Frechheit. Oh, das geht ja schon los hier. Oh, ich fahre hier gerade so schön gemütlich rückgelehnt auf meinen Stuhl, am Instagram gucken, gedöns, bla bla. Und ja, hab gar nicht gemerkt, dass die drei Minuten schon rum sind. Die drei Minuten sind immer verdammt schnell rum. So, ich muss mir ganz kurz mal einen Koffeinhaltigen Softdrink einflößern. Und dann sag ich... Ich mach mal ganz kurz diesen hier. Moin. Prösterchen. Okay, das war scheiße. Das machen wir nicht nochmal. Alter. Wenn man zu blöd zum Trinken ist. Und wir machen Musik an. Und machen weiter. Was? Ähm, Entschuldigung. Geil. Ich steh hier. Hallo. Hallo. Hilfe. 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 Geil. Da fängt das Stringer schon gleich gut an. Ähm. Ja gut. Nein, nicht mit der Schaufel. Mach mal weg die Scheiße hier. Gut, dass wir hier oben sind. Denn können wir nämlich den Baum hier gleich wegsäbeln. Mit der Axt. wo ist eigentlich das hat ja auch wunderbar fantastisch geklappt jetzt hat man hier so einen mammutbaum ich meine heute ist ja gut wir brauchen auch heute brauchen heute in mass aber ich werde auf meiner bauinsel hier jetzt auch keine bäume mehr anpflanzen sondern nur noch da drüben auf dem nachbargrundstück das werde ich übrigens noch vergrößern mir reicht das nicht was wir da drüben so am platz haben jetzt wie hier ist ja auch noch so ein baumpropel drin oder weil der mammut reise alter und der mann kriegen wir jetzt für mich selbst da drüben ist nix aber hier muss noch irgendwo ein holzbinder sein ich dachte jetzt lässt mich die hacke im stich licht jetzt sind wir noch mit feinster staubsaugermann hier durch ach guck mal da unten haben wir auch gleich clay das brauchen wir nachher gut ich mach mal jetzt diesen hier du kommst weg 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 so so sagen wir mal auf hier komm mal flint kommt hier erde kommt hier sticks kommen hier essen kommt hier so holz kommt da so jetzt nehmen wir eben stick und stein und machen wir mal eben eine stein axt nice zack zack sticks weg äh look completely stone war hier weg gut dann kannst du auch hui dass der 3,5 schaden macht warte mal ähm 3,3 attack damage okay 5 attack damage ganz ehrlich hui den brauche ich auch nicht so die bereiten wir noch die bereiten wir noch die nicht mit Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und ich fürchte, dass ich mehr Platz für Holz brauche. Aber egal, jetzt nehme ich mir erstmal ein paar Stacks Erde. Ah, hier bin ich neulich. Ansonsten mal. Das dauert sehr lange wird das hier alles aufzufüllen. Okay. 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 Bye. ... ... ... ... ... ... Okay, da will ich nicht. Zahn's. 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 Das war's für heute. Ich glaube ich muss noch mal eine Kiste basteln, was? Eine Kiste so für Holz, eine extra Kiste für Holz und eine extra Kiste für Clay und Salz. Wie ging das nun mal? Na 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 na. D*** D�� Daupto Dada nanananana D*** Als ob ich ein Holz zu wenig hab. Soll ich ein Holz zu wenig hab. wobei jetzt wo wieder tag ist niemand anderes und erfahren in eingriff und zwar die insel da drüben bisschen naja dem erdboden gleich zu machen aber first let me take um meine kerze ist gleich leer hallo komm mal da drüben sind schafe na gut zu wissen suck okay Okay. Marmor, Marmor, das brauche ich. Damit brauche ich mir meinen Keller aus. In der OP-U-S-R-S-S-A-N-G, sagst du mit einer Krise auf dem Lippo-Spray. Kleiner zerstörer G, Schiften, und als nur 8 km lang. Den entlang er toilet aus der OP-U-S-R. Das war's für heute. So, wenn ein Baum abgeholzt wird, wird gleich der nächste wieder gepflanzt. Alter, Leute, jetzt übertreibt man nicht. Reicht doch. Ich meine, es ist zwar gut, wir brauchen eine Menge Holz, aber ich bin mit dem Projekt Terraform der Insel hier noch nicht fertig. Boah, es regnet. Geil. Nerfig ist der in Minecraft überhaupt. Regen. Warte. Ne, funktioniert nicht. Ja, müssen wir durch. Das Schüsselmabel. Oh, ja, wir sehen uns. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich freue mich später schon so auf Tinker's Konstrukt und so. Ich freue mich. 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 wird irgendwie eliminieren ich habe keine Ahnung wie man die kommen ich habe generell keine Ahnung wie man hier eigentliche Commands schreibt die kann man stacken warum stack es hier dann nicht stein lass ich nochmal im Inventar genauso wie Erde aber der Spaß hier ich habe keine Ahnung 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 aber das ist gelbe ich habe keine Ahnung ich habe keine Ahnung ich habe keinen Ahnung ich habe keinen Ahnung ach wenn ich Flo Flo ich bin froh wenn wir später Eigene Kisten haben. Was ist das? Climestone Marble. Eigentlich brauche ich noch mal eine Stone-Kiste. Warte mal, Kavista-Moddy verhalten, das geht in die Holzkiste. Ich fahr doch hier, jetzt fahr mit rein. Two, three, four. Das war das. Jetzt wollen wir mal ganz kurz... Boah, ich hab den Kino gesucht. Hi. Oh. Hi. Neu. Der Shark geht doch auf. Monster. Bauer. Tu mir nichts. Ich weiß nicht, wie viel Schaden du machst. Okay. Du bist ein Dude. Ich dachte, der ist stärker. Geranimo. Toll. Ich wüscht da nicht da auch noch. Oh, Sharknid. Nice. Und was genau bist du? Und was genau bist du? So wollen wir jetzt, wenn wir gewachsen sind. Und auch eine Kiste. So eine extra... Ja, wobei wir haben eine Essenstiste. Animal Fett. Sharkskin. Skin. Bei sowas wie... Ah. Ich will doch diesen scheiß Aperl. Die will vernünftige Kisten haben. Die Kisten hier, die zacken. Zacki, zack, zack. Das Sharknid kann ja machen. Eigentlich. Dafür brauch ich bestimmt. Das Ding hier. Upgrade your fire pit with some bit more. The grill needs. Grill. Hab ich mich vor der scheiß Fattel erschrocken. Ich hab zu uns jetzt hier einen Creeper gekommen, wenn ich hier... Was mache. Grill. Stimmt, den wollte ich schon mal croften. Aber dafür brauch ich glaube ich Clean Stone, was? Wie mach ich denn Clean Stone? Ein Clay Kiln. So, zack, zack, zack. Äh. Das war... Dumm. Nein. So. Wie funktioniert dieser Clay Kiln? Ich weiß, dass ich den... nicht abbauen darf, glaube ich. Oh, wir haben noch 5 Coverstone. Äh. Grill. Ach ja. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt so funktioniert. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt so funktioniert. funktioniert das nicht so. A low grade charcoal block. Das Ding muss doch unter offenen Feuer. Oh no. Oh no. Hey. Oh, es hat aufgehört zu regnen. Oh, es hat aufgehört. Ja, schön, wie funktioniert das? Ach, man, fängt das schon mal gut an. Nein. Oh, das ist vielleicht extrem lange, bis es fertig gebürt ist. Oh, es hat aufgehört. Oh, es hat aufgehört. Ja, es braucht halt einfach nur extrem lange, bis es fertig gebürt ist. Danke. So. Jetzt können wir uns Clean Stones basteln. Drei Stück brauche ich. Sharkoal, die brennt ja so lange, bis der Regen sie ausmacht. Oh, das wird wir in diesem Job ein bisschen Progress haben. Oh. 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 Und die Regen muss doch auch über Open Feuer. Machen wir uns dann mal einen zweiten Tag holen. Da, 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 da. Da, da. Ah. Okay. jetzt habe ich mit Diggis mehr die Holzkiste so Die war das. Alles klar. Und der nächste Fortschritt. So. So, jetzt, oh nee, genau das wollte ich vermeiden, dass so so eine Mammutbäume wachsen. So, jetzt, oh nee. Oh. So, jetzt, oh nee. So, jetzt, oh nee. So, jetzt, oh nee. Oh, ich bin der König der Welt. Das sind zwei dicke, fette Bäume, jung. So, jetzt, oh nee. 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 Ja, schon wieder Nacht, haben wir jetzt die ganze Nacht, den ganzen Tag gecraftet. Dafür soll ich die Nacht dauern. so, jetzt, oh nee. k kurz nächste Mission den ganzen Wald abholzen Prozent so holt erst mal in die Holzkiste ja auch genauso Apfel können wir nochmal reinverküssen dann da 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 neun So, mit dem Grill können wir doch jetzt bestimmt das Fleisch hier, der ist falsch rum. Fleisch grillen, oder? Yo! Nice. Gut. Diesen Baugier müssen wir verfolgen. Was ist das hier, Croft und Tomahawk? Ja, gut. Wir müssen auch nicht die ganze... Oh, was ist das hier? Antique Atlas Map. Nice. Du hast die Basis von Farmen, von einem Farmer, der trade-by-trading von Farmland. Okay. Oh, das ist Necronomicon. Scheiße, wir müssen das hier ja machen. Als nächstes muss das Ding hier gemacht werden, damit wir, ich glaube, diesen Kollegen hier bauen können. Naja. Und erst wenn wir den hier haben, sind wir aus dem Zevtec Cutorial Age raus. Aber bis dahin ist auch ein langer Weg. Ja. Aber irgendwie, was soll man uns beeilen? Wir haben Zeit, wenn wir in zwei Jahren noch in diesem Age sind. Was soll's? Oh nein! Oh nein! Nun ist mir die Milchschnitte runtergefallen. Das ist ja eine riesen Sauerei. Wie kann jemand mit so einer kleinen Milchschnitte so viel Sauerei anzetteln? T-Shirt voll, Hände voll, ganzen Tisch voll, Boden voll, gesaucht mit eigener Milchschnitte. Oh, okay, was. So. Ah, guck mal, da ist jetzt ein Creeper. Creeper. So, ich will es aber hier noch ein bisschen unter Wasser Progress schaffen. Okay, das hier Stein. Das ist schlecht. Gott. Gott. Mann. Ah, das dauert gar nicht mehr, bis das abgegebaut ist. Gar nicht nervig oder so. Ich brauche mal so viel von dem Scheiß. Mann. Wollt's. Ein Handschel. Er closer. Quatsch. Mann. 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 das hier ist Sand. Aber das brauchen wir auch auf oder können wir auch gebrauchen. Auftauchen. Luft. Alter! so da haben wir noch viel zu tun so 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 So, seid weg, nein, seid hier hin, ciao. Sand, Sand habe ich auch noch in keiner Kiste hier, schauen wir eben wieder irgendwas rum, haben wir noch, ne, aber nicht mehr. Ah, ein Luftloch, nice. Okay. Okay. Oh. 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 So, na, es wird ja langsam und die Betonung liegt da wirklich auch sehr langsam. so und bald vielleicht ist er mission stein abkloppen ja genau einmal um 30 grad geredet in den 180 grad jetzt einmal rum so wollte ich das so jetzt lassen oder ein dreier ding können wir noch mal machen aber jetzt erst mal achse reparieren so 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 Ich glaube hier wechselt ein Baum nach einer anderen. Ich glaube hier ist ein Baum. Das war's für heute. Das war's für heute. Nice. So, jetzt machen wir Projekt Terraforming weiter und dann wird er es wieder neu angepflanzt. So ein 3er... Ne, ich nehme das Ding hier nochmal weg hier. Dann kommt ein nordlicher Aufgang ins Spiel und dann war's halt hier. Wobei, ob das das war, weiß ich nicht. Ich hab's hier erst beendet, wenn wir da hinten die Insel vergrößert haben. Weil die Erde, die wir hier abbauen, brauchen wir da hinten. So. 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 Warte mal, diesen Atlas ist nicht der, dass ich nicht meine, den brauchen wir zum Handeln beim Dorfbewohner, oder? Weil ich meine, das Fahnenlandscheiß habe ich damals auch nicht gebraucht. Nur das Nötigste vermötigen machen, wir müssen ja nicht 100%, ich will einfach nur dieses Age hier schaffen, warum fliegt da hinten der Fledermaus? Der Baron kann es nicht sein, ich spiele auf dem, ich spiele nicht auf dem Server, ich spiele privat, Fledermaus am Tag, so, weg, scheiße, jetzt habe ich die ja wieder auf. Kann ich eigentlich schon einen Zäune bauen? Ich weiß gar nicht, wo wir gesport sind, ich glaube, wenn ich sterbe, finde ich unseren Place to be nie wieder. Auf der anderen Seite gibt es ja Wegmarker, ja, so ein Strahl, keine Ahnung, ich war für die gibt es in diesem Age schon, weil sonst bin ich, glaube ich, wirklich lost. So, wenn ich irgendwo Marvel sehe, nehme ich Marvel mit, weil, ja, Marvel brauche ich in unbegrenzten Mengen, also Marvel kann man nie genug haben. Später, wenn es, also Hausbau werde ich als bald in Angriff nehmen, vorher müsste man die Insel hier verbreitern. Und sobald die verbreitet ist, werde ich im Hausbau in Angriff nehmen und sobald wir einen Schüssel herstellen können, naja, werde ich in den Innenausbau gehen, weil, es kommt in der kleine Hütte oben drauf, aber das meiste passiert untererdisch. Ich liebe, ich weiß nicht warum, aber, ich liebe es in Minecraft irgendwie untererdisch zu bauen. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, da, da. Das war's für heute. und dort muss hier irgendwie noch mal vernünftiger aufgang in der natürlich aussieht hatte diese hessige abbruchkante aber es wäre da gerade wieder nachts deswegen geht es hier weiter das ist kein stein das ist ein sample das dürfen wir nicht abbauen und finden wir nachher keine ärzte an die ist das könnte das ja unser kleiner privater swimmingpool sein ja 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 Wait, da ist Sand drin. Gut, und Geronimo. Da noch mal Salz. Das ist ein Kuchen. Das ist ein Kuchen. Das ist ein Kuchen. Zitzen, Schmauz und Schmauz. Finiisch! hier holen ich mir um spinni ihr musst da fageln und spawnen hier nachher wie kann man das nochmal nachgucken so nicht 7 so skeletten läuft ok f7 so so wie war das nochmal mit Fackel Torch ja Stick und Plenty Weedle hier 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 Oh. So, niemals mit einem Firestick durch den Gegenlauf, hallo? Hä? Weil sonst fährt man sich die ganze Bude an. Gut, wir haben noch keine Bude, noch nicht, aber sie ist in the making. Noch mehr, also Katastrophen. Jetzt muss ich aber mal das brauchen, hier. Red Dead Redemption, ja. Okay, das. Warum habe ich gesagt, ich baue hier am Wasser? Ja. Warum kann ich einfach an Land von 8? Das ist Sand. Was nicht heißt, dass ich das nicht brauche? Luftloch. Oh, ich sehe nichts. Keine Luftloch mehr. Okay, das wäre jetzt ein bisschen too much, das Abbudem von den ganzen Sand hier. Wenn wir Sand brauchen, können wir es hier abbauen, das ist gut zu wissen. So. Ja. Das war's für heute. Spannende Wäsche Ich werde langsam. So, naja, dann ist es jetzt nur ein ganz kleiner, prozentualer Anteil, weil, ja, wir müssen hier einfach komplett ringsrum und dann bauen wir irgendwann eine schöne, vernünftige Holzbrücke hier rüber. So, den Tag werde ich dafür nutzen, da hinten jetzt der Treppe ranzuballern und dann mache ich erstmal den Musik leiser und dann ist auch erstmal wieder Feierabend angesagt. So, so gut. So, so gut. So, so gut. So, so gut. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war ein Ohrzempel. Das darf ich nicht abgreißen. Das Ding hier muss auf jeden Fall bleiben. Das darf ich hier gar nicht mehr weitermachen. Das darf ich nicht abgreißen. 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 Nein ist Modpack. Das heißt Death Tag. Death Tag Ages. Das darf ich nicht abgreißen. Das darf ich nicht abgreißen. weil da gibt es mittlerweile so viele neue sachen was heißt neu ich habe das letzte mal vor anderthalb jahren maincraft gespielt wie ostdeutschen unterschied aber seit anderthalb jahren ist hier bei vanilla manche so viel zugekommen dass ich bei manchen sachen denke die sind nur hier drinnen wegen der mod aber die sind gehört zu normalen vanilla minecraft ist halt ich bin jetzt hier ich kann halt noch keine normalen also war autokorrektur ja keine ahnung wie soll ich selbst erklären selbst ist halt du fängst in der steinzeit an ich kann jetzt zum beispiel ich kann noch keine eisenspitzhacke basteln und noch nix weil dafür muss ich erst mal aus der steinzeit rauskommen aber bis dahin ist noch ein langer weg und ja du musst halt diesen ganzen achievement baum hier das ding hier musst du schaffen aber um das jetzt zu schaffen musst du den ganzen quatsch hier machen den ganzen kram hier das ist alles nicht so einfach ich habe seftech zwar schon zweimal gespielt einmal fast durch bis ins late game das zweite mal habe ich zwischen ab und zu ab also was habe ich abgebrochen weil sie da war ich halb halb game oder so und jetzt war ich den dritten versuch und ich habe selbst habe ich aber auch nie alleine gespielt da war immer jemand anders dabei das erste mal waren wir glaube ich drei oder vier leute das zweite mal waren wir drei leute da haben ja da hat er zeitlich nicht immer alles hingehauen und da haben die anderen dann immer gespielt ich kann nur zweimal in der woche spielen und halt auf dem sonntag zeitlich kriegt das anders nicht hin und da waren die anderen halt ich sag mal schon fast durch mit dem modpack und ich war jetzt ganz blöd gesagt noch in der steinzeit und dann hatte ich keine lust mehr und dann ging das zweite der zweite anlauf in die in die das dahinten ist kein dorf aber das könnte später interessant werden da hinten auf jeden fall schafe die versuche ich mir mal im nächsten stream heranzuholen bin übrigens farbo schildskiller hieß du nicht damals auch schon so ich glaube mir kommt dein name bekannt vor aber ja morgen farbo freut mich mal wieder was von dir zu hören aber dann musst du ja haben selbst auch schon mal mitgekriegt haben weil mir dann weißt du doch eigentlich dass ich das jetzt hier nicht zum ersten mal spiel bin ich der meinung du warst ja auch schon beim ersten waren selbst recht dabei oder du bist natürlich schon 100 jahre dabei das weiß ich wir haben muss mal leer gut weg bringen wir haben auch selber schon mal zusammen gespielt zwar kein minecraft aber weiß ich nicht so ich brauch setzlinge weil ich werde jetzt die bäume wieder anpflanzen stimmte armadroy altes life hast du mitgekriegt dass ich das allerdings jetzt auch schon über ein jahr her letztes jahr im september auch nochmal wieder altes gespielt habe oh setzlinge die nicht eingesammelt worden platzen sich alleine an nice ich glaube das hast du mitgekriegt auch nochmal wieder aufs live für live dann war ich für acht tage in wiesland und hatte ich keine lust mehr auf altes live oh metro das muss ich direkt mal lauter machen so ein geiler soundtrack metro metro exodus im endgame oh das ist so ein geiler soundtrack ich liebe dieses lied ich liebe dieses spiel metro exodus habe ich zwar schon 3000 mal äh 3000 mal durchgespielt aber ich werde es demnächst nochmal wieder in angriff nehmen vermisst die zeit da hatte ich noch zeit ja same ich vermisse tatsächlich auch so ein bisschen die alte live zeit aber ja ich mein den richtigen server finde ich mein live für live ist mittlerweile ausgelutscht keine ahnung da spielen nur noch idioten auf den server also live für live ist nicht mehr der server die er mal war und letztes jahr im september seit vor september hatte ich ja einen äh weiteren anlauf genommen mit altes live hat auch erst spaß gemacht wie gesagt da kam der islan oder dazwischen und danach hatte ich keinen bock mehr auf das spiel aber da sind halt nur noch idioten auf dem server da wird kein rp mehr gemacht nix nur noch überfall überfall ich schieb sich tot bla 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 weiß ich nicht das macht keinen spaß wo ich vielleicht nochmal drauf hätte so wäre gta rp aber ich habe bist doch mittlerweile marktleiter oder ja ich war letztes jahr auch mal ich bin schon seit dreieinhalb jahren marktleiter ähm aber ich habe keine zeit mehr für rp das ist das problem erstes mal habe ich keine zeit mehr für rp und dann muss auch noch mal einen vernünftigen server finden ich habe eine gänsehaut ich habe eine gänsehaut ich liebe dieses lied ich liebe dieses lied ich liebe dieses spiel die ganze spiele reihe metro 2033 metro last light metro exo sind alle geil bei mir fing gerade die arbeitswelt an ich habe gerade eine milf schnitte bist du noch in der ausbildung oder bist du fertig in der ausbildung mit der ausbildung ich glaube wir hatten uns schon mal drüber unterhalten aber ich bin ja auch schon ein bisschen weit älter ich habe mal kleines alzheimer gehören ich weiß halt nicht mehr so hatte ich hier nicht irgendwo eine truhe mit essen doch doch rein damit so sticks den scheiß hier was schulische ausbildung wo warst du noch mal jetzt was machst du mal ne ausbildung das sind doch die so hoch und brauchen wir hier mal ein bisschen ich kann das gar nicht klären ergo bin aber jetzt offiziell betreuer hier er hat ja auch ist die ausbildung fertig ich wir sind alles andere zu kommen wie gedacht ja gut das kommt es sowieso das ist halt wenn der pläne macht kommen die sowieso das ist das bei mir die andere wenn ich mir was vornehme ja klappt aber meine sowieso nicht so wie ich mir gedacht habe dann ist nichts neues ist nun mal ein platz in den kisten der rand so langsam haut ich muss aus diesem scheiß die schmache aussehen das problem ist dieser probe hier das wird noch eine katastrophe bei erstmal diese scheiß shadow diesen diesen dark white für wald finden und dann die viecher darin töten und das mit steinschwert da muss ich auf jeden fall irgendwie ein bett mitnehmen und mir ein bunker bauen am besten arena wo die die viecher rein locken kann und dann aus sicherer distanz die viecher umknüppeln das wird noch zum glück muss ich ja noch keine schockers töten weil ich hasse die schockers viecher das kommt hier auch ist es auch in diesen wir werden den zehn in zehn jahren doch in diesem edge weil ich bin hier komplett alleine hier kann ich nicht mal was heimlich vom baron clown oder so auf jeden fall ich bin jetzt raus für heute ich weiß nicht ob dienstag ein stream kommt vielleicht kommt dieser noch mal stream mittwoch weiß ich nicht keine ahnung ich muss auch ehrlich sagen ich habe im moment auch rl technisch ziemlich viel um die ohren übernächste woche habe ich zwei urlaub aber ich mache mein anhängerführer schein gerade be und ich habe in der woche jeden tag ein fahrschulsystem und ja keine ahnung was da noch dazwischen kommt ich bin doch aber im moment ich muss ehrlich gesagt sagen im moment bin ich ein bisschen game foul geworden ich gucke lieber mir filme an so auf amazon video oder kann man den ganzen tag auf youtube rum als irgendwas zu daddeln keine ahnung das ist ja weiß ich nicht aber das ist halt ich habe immer so viel zum euro da bin ich mal froh wenn ich zu hause wenn man nichts tun muss das können wir mal einige nicht verstehen dass ich mal so Sonntag für mich haben will mal so nix machen einfach überhaupt nix aber einige leute können sowas nicht verstehen weil sie nicht aber das ist mir egal so aber dann war es jetzt ich bin raus warte mal ich wurde mir noch mal nach oben ich habe keine lust beim nächsten mal zu sporen und dann steht hier plötzlich ein creeper neben mir während er noch die tekturen lädt und dann macht es boom und dann bin ich tot kein bock drauf deswegen ab nach oben was ich im nächsten stream mache ist ich werde diese insel hier verbreitern ja gut und ja ich werde diese insel verbreitern hausbau wollte ich gerade sagen wir fangen mit dem hausbau an aber die insel verbreitern wird zwei stunden dauern alter dann haben wir ja auch erst mal feierabend so jetzt will ich aber raus ich sage vielen dank fürs zudeln für dabei gewesen sein fabo hat mich gefreut mal wieder zu talken so 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 Vielen Dank.